Der Taurus-G-Wagen hat eine einzigartige Funktion. Vier multidirektionale Räder, die das posturale Schwanken ermöglichen, welches in der Therapie wichtig ist. Es besteht auch die Möglichkeit, den Richtungsfeststeller zu aktivieren. Das bedeutet, dass sich der Taurus nur in eine lineare Richtung bewegt. Das gibt Kontrolle darüber, wohin sich ihr Patient bewegt. Dadurch kann der Taurus nur in einer geraden Linie fahren und schwenkt nicht von Seite zu Seite.